Östol Oldtimer Oils ist eine Produktlinie von Öst. Die Öle sind speziell auf die Anforderungen von Old- und Youngtimern abgestimmt. Die damals produzierten Motoren und Getriebe hatten höhere Fertigungstoleranzen und bestanden zum Teil aus empfindlichen Materialien. Die mildlegierten oder unlegierten Einbereichsöle sowie die Mehrbereichsöle reignen sich optimal für historische Fahrzeuge aus allen Epochen. Durch seine einzigartige Komposition erhöht Östol die Motordichtigkeit und schont die Originaldichtungen. Die umfangreiche Produktpalette bietet das passende Öl für jeden wertvollen Motor. Mit Leidenschaft und Pioniergeist gründete Johann Georg Öst 1915 ein Unternehmen für technische Öle und Schmierstoffe mit der sehr erfolgreichen Marke Östol. Dem Pioniergeist und der Leidenschaft für die besten Motorenöle ist Östol bis heute treu geblieben. Seit fast 100 Jahren ist Öst auch im Rennsport aktiv. Beim legendären ersten Ruhesteinbergrennen von 1946 war Östol einer der Hauptsponsoren. Mit der Neuauflage dieser Rallye, der Östol-Beyersbronn-Klassik, knüpft Öst an diese Tradition an. Die historische Rallye führt durch die schönsten und fahrerisch anspruchsvollsten Straßen des Nordschwarzwalds. Die Östol-Produkte werden im eigenen Labor entwickelt. Öst verwendet für die Herstellung der Oldtimer-Öle ausschließlich hochwertige Rohstoffe und Grundöle von zertifizierten Lieferanten aus Europa. Die Einhaltung hoher Umwelt- und Qualitätsauflagen ist sichergestellt. Hergestellt und abgefüllt werden die Öle im Mineralölwerk in Freudenstadt, im Herzen Baden-Württembergs. Östol. Seit 100 Jahren Öl im Blut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017